Precious people, geliebte Leute, wir wissen alle, die Bibel sagt, dass der Messias um die Mitternachtsstunde kommt, wie ein Dieb. Er kommt um die Mitternachtsstunde. Das ist erstes. Und wir wissen, dass wir gerade in der geistlichen Dunkelheit sind. Wir sind in der geistlichen Nachtzeit. Und jetzt können Sie sogar sehen, wie der Herr redet. Nummer zwei, niemand kennt den Tag oder die Stunde für das Kommen des Messias. Nummer eins, wir wissen alle, dass der Messias um die Mitternachtsstunde kommt. Nummer zwei, niemand kennt die Stunde oder den Zeitpunkt für das Kommen des Messias. Und das heißt, wie der Herr mir eine Minute vor Mitternacht gezeigt hat, es ist unmöglich, für mich das für euch zu übersetzen, das zu übersetragen und das für euch auszulegen. Lass uns sagen, mit einer komplizierten mathematischen Formel, dass diese eine Minute so und so viele Jahre auf der Erde beinhaltet. Dass diese eine Minute so viele Monate auf der Erde bedeutet. Es ist unmöglich, dass diese eine Minute so viele Tage, so viele Jahre beinhaltet. Aber die Botschaft verstehe ich. Die Botschaft, mit der er mich gesandt hat, verstehe ich. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist klar. Die Botschaft sagt, dass Zeit vorüber ist. Hört. Zu sagen, dass eine Minute für so viele Tage steht, Niemand kann das sagen. Wir wissen das nicht. Aber wenn der Messias um die Mitternachtsstunde kommt, und der Herr hat mir schon die Uhr im Himmel gezeigt, und die Uhr zeigt eine Minute vor Mitternacht, dann verstehen wir die Botschaft. Die Botschaft ist, dass die Zeit abgelaufen ist. Was immer du tust, um dich vorzubereiten, du es sehr gut. Du es sehr aufmerksam. Du es mit Feucht. Und du es schnell. Und du es sehr aufmerksam. Kunstf Native. Du es jetzt aufmerksam. Vielen Dank.